Musik Leute endlich nach einer ganzen Woche habe ich es geschafft mit dem Flugzeug endlich nach Hause zu kommen von dem Rich Dude Leute Und ich stürze ab glaube ich Leute Achtung aufpassen das lag für euch Für mich lagts auch ohne Grund Leute Ich land einfach auf dem Haus Ähm das war unser millionenschweres Flugzeug Leute das kann man easy einlagern Leute das geht easy Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eternity nach einer Woche Nach meiner kranken Woche Leute Sorry ich war eine Woche lang krank Und da kamen leider keine Folgen Eternity ich weiß auch nicht warum Ja vielleicht ging es mir sehr schlecht Ich lag mit 39 Grad Fieber Im Bett Aber naja und warum lag jetzt mein Spiel Ich habe 60 FPS 40 30 Leute kennt ihr diese Tage Wo ein PC einfach nichts auf die Kette bekommt Wenn ihr eh schon Zeitdruck habt Keine Zeit habt zum aufnehmen für alles Und wenn ihr euer PC einfach laggt Und nicht aufnehmen könnt Ich muss jetzt mal eine Videokodierung 100.000 Dinger runterstellen Damit ich aufnehmen kann Deswegen ist die Folge diesmal qualitativ schlechter Ich hoffe Ich hoffe Das stört euch jetzt nicht so hart Man kann trotzdem die Folge Gucken und es laggt Nicht Leute Aber bevor wir zu diesem Typ mussten Zu diesem Rich Dude Hatte ich noch was vorbereitet glaube ich Oder so Leute Ich weiß nicht Wie ich wollte hier irgendwas zum sauber machen Craften Leute Wartet Wir gucken einfach in unser Buch Da ist alles drin Das war Was ist uns hier eigentlich Mir hier Arcanis Spa Das Arcanis Spa Wir craften so ein komisches Arcanis Spa Keine Ahnung Was das ist 3 Okay So macht man die Legierung Damit kann man Keine Ahnung Leute Was man damit machen kann Deswegen craften wir das Um es herauszufinden Was krasses dieses Spa kann Ich hoffe es kann irgendwie coolen Dinge machen Wenn nicht bin ich enttäuscht Ups Es muss so So Okay Leute Ich glaube wir haben es Wir haben es heute so Das Arcanis Wellness Und das kann jetzt Nein Wir bauen noch Seife Okay Leute Dann craften wir uns mal Seife Wir brauchen Wie macht man sich mit dem Fleischblock Was ist ein Fleischblock Leute Habt ihr davon schon mal gehört Ein Fleischblock Was ist das Was ist ein Fleischblock Was ist ein Fleischblock Wie craftet man einen Fleisch Wie craftet Oh Okay Leute Eigentlich ganz easy Hey Rottenflash Okay Leute Muss ich Rottenflash sammeln Nächste Folge Können wir glaube ich Uns Das Angucken Diese Gerätschaft Was dieses Spa macht Aber ich wollte diese Folge Was anderes machen Erstmal schlafen gehen Und dann Wartet Ich würde sagen Wir gehen einfach oben rum Vor ein paar Folgen War ja dieser Komische Kebab bei uns Ich weiß nicht mal Wie der heißt Kebab glaube ich Der hieß irgendwie so Komisch Aber der war bei uns Und meinte Irgendwie Dass er ja einen Laden Im Dorf Errichten möchte Und wir waren ja Nicht nur eine Woche weg Da hat er eine Woche Zeit Einen Laden zu errichten Denn ich möchte Kebab kaufen Leute Ich hoffe er hat einen Laden Gebaut Wenn nicht Gucken wir einfach Beim Professor oder so vorbei Weil wir ja eh schon In der Gegend sind Aber ich würde sagen Wir gucken Wir nehmen mal ein bisschen Zinite Mit Hier haben wir ein paar Blöcke Hier 16 Blöcke Wie kann man Normal machen Hier Haben wir ein bisschen Zinite Wir sind ja eh so Rich Leute Und ich würde sagen Wir gehen dann Einfach drüben Gucken Ob er jetzt Einen Kebab Schub hat Wo der Kebab Verkauft Vielleicht verkauft Er die günstig Oder macht den Slato Und verkauft Die teuer Und zockt uns ab Dass wir ihn Dass wir auch bei dem Jungen Einbrechen Müssen Was ich nicht hoffe Aber was passieren Kann Und warum legt man Spiel Und was Ist das Für ein Gebäude Bei Der Kebab Da hat er Einfach Diesen Fleisch Schäber Kennt ihr Das Man nimmt So mit dem Schwert Schneidet Ab und mit Diesen Fleisch Schäber Wie man So das Fleisch Abfällt Ab Das machen Immer die ganzen Türken So richtig Nice Beste Männer Kebab Hat Kebab Kebaden Gemacht Nice Kebäufe Werden Gegebapt Cool Ich hab keinen Plan Was der meint Leute Der hat hier sogar Ist das ein Salat Hier hat der andere Soßen Okay Hier hat der Soll das Meist sein Oder was ist das Du ein Kebab Ich ein Kebab Alle sind Kebab Kebab Nice Und dann hat er hier Dieses Fleisch Leute Okay Das ist anscheinend Was leckeres Oder zu essen Du wollen Kebab Ja Okay Leute Wir haben jetzt Ein Kebab Wir können jetzt Hier sogar Essen Chillen Kebab Kaufen Ich würde sagen Wir machen Alter Was ist das Auf was für einstellen Gehe ich Auf normal Lauf ein bisschen rum Und sammeln Hunger Dann können wir was kaufen Kebab Baden Schön finden Kebab 1 Ja Ist Schön Leute Der ist schön Ich finde Das sieht So richtig geil aus Wie in Real Da hängt ja Immer das ganze Fleisch Auch in den Spieß Und dann kann man Sich einen Döner holen Kebab ist ja sowas Ähnliches wie Döner Kebab haben alle Soßen Nice Bei uns in der Umgebung Gibt so einen Dönerladen Die haben so eine gelbe Soße Wie hier Die ist so richtig Das Geheimrezept Von den Die ist so geil Leute Hat er hier anscheinend Salat Mais Keine Ahnung Was ist Das ist eine rote Soße Die ist anscheinend Sehr stark ausgekauft Und weiße Kebab Besse Mit Geheim Kebab Cool Okay Leute Nice Leute Ich glaube wir können hier Ein bisschen Was ein Kebab kaufen Viel Spaß Danke Danke Okay Leute Noch mit Kebab Und kaufe Viele Kebab Mache Ich Alter ich kann nicht schreiben Leute Mache ich nicht Kebab Okay Leute Ich würde sagen Wir gucken mal Ob der was verkauft Verkäuft Oder so Okay wir können Rohen Kebab kaufen Ein Kebab So Denn hier Verein Kebab 2 Das ist Ein bisschen dumm Von ihm Weil man Verein Man kann Einfach den Kebab Multiplizieren Okay wir können Für einen Kebab Ein rohen Kebab Für einen rohen Fertigen Kebab Okay Logik Und hier 10 Kebab Für 5 Das ist ein bisschen Schlauer Leute Aber Ich würde sagen Der hat gute Preise Nicht so wie Slato überteuerte Seine Preise Sind gut Leute Ich würde sagen Wir gucken mal oben Ob da irgendwer In der Lounge Chilt Oder was hier oben ist Okay Leute Hier sind auch noch Tische Diese Die großen Tische Wo man Essen kann Und chillen kann Leute Okay wir haben Kebab Ich würde sagen Wir setzen uns nach unten Und chillen zu ihm Und gönnen uns jetzt Ein Kebab In der Ecke Leute hier Ui Lecker Wie fühlt ihr euch Eigentlich Leute Wenn ihr in so einem Döner Kebabladen sitzt Und was kauft Und dann so Alleine esst Ich fühle mich dann immer Übelst unwohl Leute Schreibt mal in die Kommentare Wie ihr euch fühlt Wie euch fühlt Mit Freunden ist Irgendwie immer Viel geiler Und entspannter Und Leute Schreibt mal in die Kommentare Wie ihr Effizier jetzt einfach Kebab auf Döner Wie ihr euer Döner esst Weil Ich weiß gar nicht Ob man bei uns Kebab essen kann Und Döner ist halt so ähnlich Wie kebab Wie esst ihr euren Döner Bei mir ist der Fall Immer Ich esse alles Außer scharf Leute Ich esse immer Alles außer scharf Und mit Ähm Kalb Das ist der beste Döner Die beste Art von Döner Die man essen kann Nichts besseres Über Diese Art Aber ich würde sagen Wir chillen nicht mehr so lange Bei Kebab Danke Kebab Beste Kebab In der Umgebung Es gibt auch nur einen Kebab Leute Aber schreibt mal in die Kommentare Wie ihr diese Bar findet Ich finde die richtig geil Leute Die ist immer Das ist wie in real life Nur minecraft So richtig geil Ciao Beobachtet mich Was sind das für Viecher Die kann man Kehlen Leute Ich will meine Schwerte Auch wenn ich hier alles One hite Will ich mein Schwert aus Ähm Dings Ähm Spings wieder haben Mit 29 Tag Damage Leute Das ist schon Nice Das Schwert Ich würde einfach sagen An der Stelle Das wär's mit der Folge Wenn es euch gefallen hat Dann lasst mir ein Like Um keine weiteren Wissen zu verpassen Abonnieren Ihr müsst dann auch weg Und ciao Leute Hey